in diesem video geht es um das thema der werkzeugherstellung und wie sich diese fähigkeiten im laufe der menschlichen evolution in unserer art entwickelt haben zunächst mal wenn wir uns wieder diese darstellungen der situationen in denen unsere vorfahren waren anschauen dann stellen wir sicherlich auch fest dass nicht nur kooperation notwendig war um in dieser savannien umgebung zu überleben sondern auch die verwendung und herstellung von werkzeugen wie das hier auch im bild angedeutet ist hier mal ein archäologischer fund eines der ältesten werkzeuge aus der sogenannten oldovan kultur welches ungefähr 2,6 millionen jahre alt ist und man ist sich nicht so ganz sicher natürlich von welcher art die genau stammt aber man vermutet dass es entweder homo habilis oder sogar auch eine der australopithecus arten waren die dieses werkzeug hergestellt haben nun können wir uns fragen waren sie denn nun die diese hersteller dieser ersten steinwerkzeuge waren sie denn die ersten lebewesen die werkzeuge verwendet und hergestellt haben kann es sein dass vielleicht auch andere lebewesen andere arten werkzeuge verwenden oder herstellen das ist eine schöne diskussionsfrage als einleitung in das thema und im zusammenhang damit kann man auch erstmal überlegen wie würden wir eigentlich werkzeug werkzeug verwendung werkzeug herstellung definieren wann wüssten wir eigentlich wenn ein tier so etwas wie werkzeuge verwendet oder herstellt dies wird in diesem lesetext etwas weiter betrachtet und hier kommen wir zu dem schluss dass eigentlich werkzeug nutzung und sogar auch herstellung im tierreich eigentlich recht verbreitet ist ganz unterschiedliche tiere kann man sagen dass sie werkzeuge verwenden also ein objekt nutzen um etwas anderes zu erreichen etwas was nicht am körper ist dazu gehören sicherlich primaten auch die schimpansen aber auch andere arten wie zum beispiel bestimmte vögel und auch fische oder insekten wir menschen sind also nicht die einzige art die werkzeuge verwendet oder herstellt das heißt natürlich nicht dass nicht ist es nicht trotzdem auch unterschiede gibt wir können uns dann eben fragen worin ähnelt und unterscheidet sich denn die herstellung von steinwerkzeugen unter unseren vorfahren von der werkzeug herstellung zum beispiel die wir unter schimpansen und bei anderen tierarten finden gibt es da trotzdem bestimmte unterschiede um dieser fahrer ein bisschen weiter nachzugehen hier einige unterrichtsmaterialien ein video von dem bruno burkansi und ihm wurde beigebracht bestimmte steinwerkzeuge herzustellen und dann auch zu verwenden um da auch wieder zu simulieren die situation in der sich unsere vorfahren befanden und hier können wir genau schauen was er denn macht und mal zu überlegen wenn wir vergleichen die herstellung und verwendung des steinwerkzeuges durch kann sie in diesem video und das vergleichen mit der werkzeugherstellung und verwendung durch schimpansen in der wildbahn zum beispiel das angeln von termiten mit hilfe von zweigen und viele andere werkzeug verwendung die wir unter schimpansen eigentlich in der wildbahn finden und hier kommen wir zu dem schluss dass es so ist je mehr arbeitsschritte und zeit bis zur fertigen herstellung der verwendung eines werkzeugs ist desto wichtiger kann man sich denken werden bestimmte geistige fähigkeiten also die werkzeugherstellung durch kann sie hier unterscheidet sich von der werkzeugherstellung unter schimpansen in der wildbahn dadurch dass es viel länger dauert viel mehr arbeitsschritte involviert sind man muss also unter diesen umständen braucht man eine gewisse kontrolle und koordination der handbewegungen viel stärker als zum beispiel einer bei der vorbereitung eines zweiges für die ist für das diamiten angeln es gibt auch mehrere abläufe mehrere schritte die man nacheinander planen und ausführen muss braucht also eine gewisse planungsfähigkeit braucht auch viel mehr ausdauer und konzentration weil es eben länger dauert und in gewisser weise wird hier auch schon angedeutet die fähigkeit dass man so ein bisschen an die zukunft denken können muss also man muss jetzt in dem moment zeit aufwenden um etwas zu tun was eigentlich für die zukunft gedacht ist und nicht für den moment jetzt auch das ist eine gewisse kognitive geistige fähigkeit so sind also bestimmte geistige fähigkeiten müssen also schon mal selektiert worden sein die wir aber durchaus unter bonobos heute schon finden wenn man ihnen ein bisschen zeit gibt zu üben ist das nun alles wenn wir jetzt schauen in der in den archäologischen funden dann wissen wir zum beispiel die altesten steinwerkzeuge sind ungefähr 2,7 millionen jahre alt und das interessante ist dann dauert es noch mal fast eine millionen jahre bis wir die nächste neuerung in der fertigung von steinwerkzeugen finden den faustkeilen und da können wir uns fragen warum dauerte es denn etwa eine millionen jahre bis zur weiterentwicklung dieser einfachen oldoman steinwerkzeuge die wirklich nur ganz einfache steinsplitter sind bis zu den ersten faustkeilen auch hier kann man erst mal ideen sammeln was könnten hier die gründe sein zum teil kann es ja sein dass wir einfach noch gar nicht genug gefunden haben um diese zeitlücke zu füllen das ist natürlich ein möglicher grund aber dann können wir auch uns auch überlegen was sind denn vielleicht noch für fähigkeiten notwendig die erst ganz allmählich selektiert wurden um diese komplexeren steinwerkzeuge herzustellen und eine wichtige erkenntnis ist dass je komplexer die werkzeugherstellung je länger es dauert desto mehr mehr schritte man braucht desto wichtiger sind nicht nur individuelle kognitive fähigkeiten sondern auch fähigkeiten und motivationen für soziales lernen und lehren sprich die fähigkeit dass wir eine bestimmte werkzeugherstellungskultur an die nächstfolgende generation überhaupt weiter geben können denn es ist ja nicht so dass sich jedes individuum das immer wieder selbst überlegt sondern dass das tatsächlich etwas ist was dann weitergegeben wird an andere nur so kann die werkzeugherstellung eigentlich tatsächlich mit der zeit komplexer werden hier mal ein experiment wo getestet wurde durch welche art und weise der der weitergabe ja man das eigentlich erreichen kann also hier wurde getestet durch welche möglichkeiten die qualität von steinwerkzeugen verändert sprich welche art der weitergabe ist wirklich am besten geeignet und welche rolle spielt denn tatsächlich nachahmung das lehren und auch sprache und in diesen experimenten zeigt sich eigentlich ganz eindeutig und das wird auch von schülern ganz nach unserer erfahrung ganz klar vorausgesagt dass natürlich das einfache nachbauen wo man wirklich nur ein ein objekt vor sich sieht und dann überlegen muss ja wie wie kann ich das jetzt nachbauen ohne dass man sieht wie jemand anderes das tatsächlich tut dass das nicht zu einer hohen qualität der steinwerkzeuge führt sondern dann aber die nachahmung insbesondere das lehren und dann noch mal zusätzlich sprache das erklären können dass diese wege danach der der weitergabe tatsächlich zu höheren höherwertigeren steinabschlägen führt und durch solche experimente ja geht man praktisch davon aus dass diese notwendigkeit von immer komplexeren steinwerkzeugen praktisch einen selektionsdruck auf menschliche kommunikation und auch das soziale lernen und lehrern gegeben hat allgemein zu den begriffen soziales lernen und lehren soziales lernen davon spricht man einfach wenn verhaltensweisen von anderen mehr oder weniger nachgeahmt werden zum beispiel durch beobachtung aber auch durch gibt verschiedene varianten des sozialen lernens das lehren definiert man oftmals so das ist es herrscht wenn zeit oder andere kosten aufgewendet werden oder man sein verhalten gezielt danach ausrichtet um anderen etwas beizubringen also das unterscheidet sich da ein bisschen von dem bloßen beobachten sondern derjenige der etwas tut der verändert tatsächlich sein verhalten um jemand anderen etwas beizubringen sind das nun also fähigkeiten die wirklich uns menschen ausmachen könnte man jetzt fragen wie gesagt das soziale lernen das herrscht wenn verhaltensweisen von anderen nachgeahmt werden und ist das nun etwas was weit verbreitet im tierreich ist oder eher etwas was uns menschen ausmacht könnten wir mal kurz überlegen welche der folgenden antworten würden sie wählen ist das etwas das nur wir menschen haben oder nur wenige andere tierarten oder ist das weit verbreitet unter vielen tierarten und warum würden sie das denken tatsächlich ist es so dass soziales lernen weit verbreitet ist im tierreich also ganz viele verschiedene arten ja lernen voneinander imitieren verhaltensweisen von artgenossen ist also ganz ganz weit verbreitet stärker als man vorher in der vergangenheit angenommen hatte das heißt aber nicht dass trotzdem wir menschen auch eine erhöhte fähigkeit für soziales lernen haben wenn zum beispiel hier in diesen studien wurden ganz verschiedene experimente durchgeführt und zu schauen inwieweit sich menschen und andere primaten unterscheiden in der in ihrer fähigkeit zum beispiel in der physischen im physischen bereich ursache wirkungen zu verstehen bestimmte werkzeuge zu verwenden dann sehen wir dass sich zweijährige kinder gar nicht groß unterscheiden von schimpansen und orang-utans aber im sozialen bereich sind kinder zweijährige kinder den schimpansen und orang-utans bereits stark überlegen wenn man sich hier genauer anschaut die experimente dann fällt eben auf dass insbesondere wenn es um soziale lernen geht also wie stark imitieren kinder andere wenn sie andere beobachten wie sie zum beispiel ein werkzeug verwenden da sind kinder viel stärker darin als schimpansen oder orang-utans die interessiert das teilweise gar nicht was andere machen und ähnlich auch in der kommunikation und der sogenannten theory of mind also die fähigkeit sich in andere hinein zu versetzen auch da sind menschliche kinder den anderen primaten überlegen hier mal auch wieder einige experimente wo man schauen kann wo man sehen kann wie stark eigentlich diese nachahmung bei uns menschen stark ausgeprägt ist im vergleich zu schimpansen zum beispiel nun zum lehren das ist das herrscht eben wenn von einem individuen individuum zeit oder andere kosten aufgewendet werden um anderen etwas beizubringen hier auch wieder die frage ist lehren nun weit verbreitet im tierreich oder ist das etwas was uns menschen ausmacht wie würden sie diese frage beantworten und warum warum denken sie so tatsächlich ist es so dass lehren eigentlich es eher selten im tierreich gibt kann man sich denken warum das sein mag ja es dauert ja zeit kosten die man investieren muss und so gibt es tatsächlich eigentlich nur wenige situationen im tierreich wo sich das eigentlich lohnt das meiste kann man sich durch soziales lernen oder auch eigenes individuelles lernen aneignen im tierreich ein tier wo lehren man beobachten kann sind die erdmännchen und das hat zum beispiel damit zu tun dass erdmännchen in einer umgebung leben wo es gefährliche skorpione gibt und sich den umgang mit skorpionen oder die jagd von skorpionen anzueignen nur durch eigenes lernen ist eben ziemlich gefährlich und risikohaft und das ist eben eine situation wo es sich lohnt für diese tierart das lehren also das praktisch erwachsene zeit aufwenden ihr verhalten so ein bisschen darauf ausrichten so dass die jüngeren allmählich lernen können wie sie mit skorpionen umzugehen haben und bei uns menschen natürlich dann ganz klar gab es eben auch die situation weil wir unsere vorfahren in einer umgebung gelebt haben wo immer stärker sie auch von komplexen werkzeugen abhängig waren da hat es sich eben auch gelohnt diese fähigkeiten für das lehren weiter auszubilden und wenn man sich noch mal über das lehren überlegt welche anderen eigenschaften sind denn für das lehren auch noch urteilhaft hier könnte man auch erst mal ideen sammeln hier einige einige dieser fähigkeiten also einmal wieder diese theory of mind also die fähigkeit dass wir uns in andere hineinversetzen können dass wir zum beispiel wissen dass ein kind jemand anderes gerade etwas nicht weiß was was ich selbst weiß und dass ich dementsprechend mein verhalten ändern muss und etwas anders erklären muss zum beispiel dann auch einfach die motivation zum lehren etwas anderen beibringen wollen eine gewisse empathie auch gehört dazu eine ausdauer eine fähigkeit seine eigenen emotionen zu regulieren nicht gleich aufzugeben wenn jemand etwas nicht versteht und dann natürlich auch unsere fähigkeit für sprache das erklären können etwas abstraktes wie etwas funktioniert wie wir das auch in den experimenten vorhin gesehen haben und so können wir zu guter letzt jetzt auch wieder ein ursache wirkungsdiagramm erstellen zur entwicklung von merkmalen die das erlernen und die weitergabe von werkzeug herstellung ermöglichen also hier sieht man dass es nicht nur bestimmte individuelle geistige fähigkeiten sind die die werkzeugnutzung und herstellung im laufe unserer evolutionsgeschichte ermöglichen sondern auch soziales lernen und lehren als wichtige eigenschaften die selektiert wurden hier mal eben dieses ursache wirkungsdiagramm vervollständigt man kann natürlich so ein diagramm jetzt auch erstellen nicht nur für bestimmte geistige fähigkeiten sondern auch integrieren bestimmte körperliche merkmale die die werkzeugherstellung und verwendung ermöglichen zum beispiel die arme unser daumen die hände und finger das brauchten das gab einen gewissen selektionsdruck auf diese so dass wir gut dinge greifen konnten und diese feinmotorik ausbilden konnten aber auch die soziale umwelt spielt auch wieder eine rolle praktisch eben durch dieses soziale lernen und lehren wir mussten natürlich in einer umwelt leben in denen auch andere um uns herum diese werkzeuge herstellen herstellten und uns somit auch beibringen konnten wie wir selbst diese werkzeuge herstellen können sprich hier auch noch mal der hinweis dass es bei der erstellung solcher ursache wirkungsdiagramme nicht unbedingt immer ein endgültiges richtiges diagramm gibt weil man ja viele verschiedene faktoren hier mit integrieren kann sondern man muss sich immer so ein bisschen rausgreifen was für einen sachverhalt wollen wir jetzt eigentlich in seinem diagramm darstellen gleichzeitig heißt es aber nicht dass es dass alle diagramme richtig sind sondern es gibt natürlich auch konzeptionale falsche diagramme somit gibt es dann auch eine möglichkeit der reflektion und der bewertung für für solche diagramme und damit auch die bewertung des konzeptuellen verständnisses dieser ursache wirkungsbeziehungen die in seinem diagramm eigentlich dargestellt sind hier mal ein beispiel einer konzeptionale eigentlich falschen beziehung die hier dargestellt ist sprich was hier dargestellt ist ja im grunde die tatsache oder was hier angedeutet ist dass werkzeug herstellung arme hände finger ermöglicht und gleichzeitig das vorhanden sein von armen händen oder fingern einen selektionsdruck auf auf werkzeugnutzung ausübt und das ist natürlich logisch gesehen nicht richtig sondern es müsste eigentlich genau andersrum sein diese diese pfeile hier mal einige beispiele aus einer 10 klasse wo wir schülergruppen solche ursache wirkungs diagramme erstellen lassen haben und diese dann an der tafel vorstellen und gemeinsam diskutieren lassen kritisieren verbessern welche pfeile sind konzeptionell richtig und falsch und so weiter weitere informationen zu diesem thema werkzeug herstellung finden sie auch auf über leipzig auf dieser webseite